Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Bügelpuppentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Bügelpuppentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Bügelrevolution Bügelpuppe. Diese Bügelpuppe stammt vom Lieferantenbügeln-Transformation und gehört zu den teureren Bügelpuppen in unserem Vergleich. Mit dieser Bügelpuppe kann man T-Shirts und auch Hosen trocknen und gleichzeitig bügeln. Die Höhenänderung versorgt Sie mit guter Handhabung, da Sie die Bügelhilfe an Ihre Körpergröße anpassen können. Mit ein paar grundlegenden Schritten können Sie das Kleidungsstück auf die entsprechende Blub-Tasche ausdennen, den Maker einschalten und ein paar Minuten später ist das Kleidungsstück sowohl trocken als auch glatt. Der Lieferant rät, dass die Wäsche, die Sie bügeln wollen, spinnfeucht sein sollte, direkt aus dem Waschgerät kommen sollte. Dies bietet Ihnen die effektivsten Ergebnisse mit der Bügelpuppe. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Maschati Bügelhilfe. Diese Bügelpuppe trocknet zusätzlich aus und bügelt Ihre Oberbekleidung in einem Verfahren mit warmer Luft. Ziehen Sie das spinntrockene Kleidungsstück über den Bügelpuppenballon. Danach die Bügelpuppe an den angebotenen Kleidehaken aufhängen und auch den Ballon mit einem Föhn aufblasen. Die heiße Luft bläst den Ballon auf, die warme Luft strömt durch den Ballon und wird auch auf das Kleidungsstück übertragen. Der Stress trocknet aus und glättet Ihr Oberteil. Die T-Shirt-Ämmel oder Hemd-Ämmel sind separat mit gemütlicher Luft überschwemmt. Ein T-Shirt kann in nur 3 Minuten mit der Maschati 1.0 Bügelhilfe gebügelt werden. Auf Platz 3 haben wir die Original Tubi Händenbügele. Im Vergleich dazu ist die Tubi 1 Bügelpuppe eines der teuersten Werkzeuge und auch das schwerste. Mit einem Gewicht von 16 Kilo ist diese Bügelpuppe deutlich schwerer als die Konkurrenz. Und auch in Sachen Effizienz ist sie bei weitem Spitzenreiter. Diese Bügelpuppe von Tubi bringt 3320 Watt mit. Die Blub-Taschen der Tubi Bügelpuppe sind in verschiedenen Größen, von XS bis 5XL, erhältlich. Um die besten Bügelergebnisse zu erzielen, sollten Sie die aufblasbare Tasche in ihrer Größe kaufen. Ein Bügelpuppenballon besteht in jeder Bestellung. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Sichle Haushaltsgeräte. Die Sichle Bügelpuppe eignet sich zum schnellen Ausdrucknen und Glätten von Fremdbekleidung. Aufgrund der Tatsache, dass die Bügelpuppe zwei Verfahren in einem Schritt macht, wird sie als 2N1 Bügelpuppe bezeichnet. Sie ziehen einfach das T-Shirt oder Hemd über die Puppe und auch das eingebaute Kleiderregal. Schalten Sie dann den Lüfter ein, um mit dem Trocknen und Bügeln zu beginnen. Die Sichle 2N1 Bügelpuppe mit Heizeinheit Follower arbeitet bei einer sanften Temperatur von bis zu 65 Grad Celsius. Bei einer machbaren Überhitzung schaltet sich das Gerät sofort ab. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die CleanMax Automatischer. Der Vorteil der CleanMax Bügelpuppe ist, dass Sie die Ausrichtung eines Bekleidungsprodukts in einer wirklich kurzen Zeit korrigieren und trocknen können, in einem Schritt. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern zusätzlich Energie. Alles, was Sie tun müssen, ist das Kleidungsstück über den Ballonkörper des Bügelgeräts zu ziehen und es auch mit den Clips zu sichern. Sie stellen den Timer für die bevorzugte Zeit ein und die Bügelausrüstung beginnt zu arbeiten. Der Ballonkörper sprengt sich in die Luft und bewegt die erzeugte Wärme auf das Kleidungsstück, das angezogen wird. Mit einem Schreibgewicht von 2 kg ist dieses automatische Bügelgerät ein echtes Leichtgewicht. Die 1800 Watt Leistung überzeugt und verspricht zudem eine hervorragende Trocknung und auch Bügeleffizienz. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.